Hi ihr Assi-Zocker da draußen, es ist endlich soweit, ich habe mein Fallout 4 Lösungsbuch. Das werde ich jetzt aber nicht dazu benutzen, um mich durch das ganze Spiel zu spoilern, sondern ich werde für euch die Videos machen zu den ganzen Sammel-Items, die relevant in dem Spiel sind. Die komplette Karte ist in Zonen unterteilt, ich glaube an die 16 oder so. Und ich werde die Karten immer einblenden, die Abschnitte, ich werde den Ort kurz einblenden, an dem ich mich dann aufhalte und euch genau zeigen, wo diese ganzen Items sind. Solltet ihr Fragen haben zu irgendwelchen Sachen oder nicht weiterkommen, mal nicht irgendwas finden, was ich zeige oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde mich dann definitiv bei euch melden und noch vielleicht ein extra Video machen oder euch einfach dann in den Kommentaren helfen. Seht es bitte mir so ein bisschen nach, ich werde dafür ein bisschen Zeit brauchen. Ihr wisst es selber, Fallout 4 ist mega umfangreich. Ich arbeite, wie gesagt, nebenbei auch noch und kann das also nur in meiner Freizeit machen. Und wie gesagt, das ist schon sehr, sehr aufwendig für mich. Aber ich habe echt Spaß dran und ich freue mich schon darauf, die ganzen Sachen zu zeigen. Ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal die ganzen Zonen durcharbeiten und später dann nochmal so Zusammenfassungsvideos machen. Also die ganzen Wackelpuppen dann meinetwegen in ein Video packen oder die ganzen Grockner-Comics. Aber ihr werdet das auf jeden Fall schon sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Abos. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.